Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute starten wir mit einem neuen Kapitel und zwar mit Swarms. Swarms sind dazu da, um bei euch Load Balancing und Skalierung so richtig auf die Bühne zu bringen. Und das ist tatsächlich gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellen würde. Denn Docker macht eigentlich so ziemlich alles, was man sich nur vorstellen kann, schon direkt für uns. Wir müssen einfach nur die Server stellen, sozusagen. Und ja, wir wollen uns tatsächlich kurz mal angucken, wie so ein Swarm denn eigentlich aussieht und was man hinter einem Swarm eigentlich sich so vorstellen kann. Ein Swarm, nun ja, man fängt normalerweise immer mit einem Server an. Dieser eine Server hat einen Docker-Container. Das ist das, was wir bisher gemacht haben. So läuft das eigentlich immer ab. Wir können selbst damit schon sehr, sehr viel erreichen, indem wir einfach unser Deployment einfach so viel angenehmer gestalten und ja, einfach das ganze Management, die ganzen Abhängigkeiten, alles ist kein Problem mehr. Nun machen wir folgendes. Wir erstellen einen Swarm. Dieser Swarm besteht dann nicht nur aus einem Server, nämlich dem Swarm-Manager. Das ist der erste Server sozusagen, der dann das Ganze auch noch nebenher quasi verwaltet, sondern es gibt hier auch noch mehrere andere Server. Da ist kein Limit gesetzt. Das heißt, ich kann sagen, hey, ich hätte ganz gerne 180.000 V-Server hier drauf, weil meine Anwendung einfach gigantisch ist. Oder ich kann sagen, ich hätte gerne einfach nur zwei. Alles überhaupt kein Problem. Ich kann auch nur einen nehmen, aber das ist dann im Endeffekt das, was wir bisher gemacht haben. Da braucht man Swarms nicht allzu dringend dafür. Ja, und was wir dann machen ist, wir lassen diese beiden Server natürlich demselben Container ausführen und wir lassen sie dem Swarm beitreten. Und dadurch führen wir quasi diese drei Instanzen zusammen und können dann auf einmal Load Balancing betreiben. Das heißt, wenn jetzt hier 100 Kunden gleichzeitig irgendwelche richtig aufwendigen Sachen auf dem Server ausführen, dann kann man hier sagen, okay, ich hätte ganz gerne auf dem ersten 33, auf dem zweiten 33 und auf dem dritten hätte ich gerne 34 Leute drauf, die gleichzeitig irgendwas machen. Und plötzlich ist die Serverlast einfach nur noch ein Drittel, weil wir eben auch tatsächlich drei Server haben. Das heißt, da verteilt sich dann sozusagen einfach alles drauf. Und ja, Load Balancing, ich nehme an, das ist den meisten von euch ein Begriff, aber ansonsten war das quasi eine Kurzerklärung dafür und funktioniert wunderbar. Im Endeffekt wird derselbe Container ausgeführt, der wird dann aber auch wirklich komplett ausgeführt, also komplett unabhängig von den anderen Containern. Nur der Swarm Manager, der ist natürlich als Abhängigkeit da, weil der quasi das Load Balancing auch noch verteilt, also der managt ja den Swarm. Der verwaltet auch die ganzen Clients, die da dem Swarm beitreten. Genau, und ja, das ist eine kleine Einführung gewesen. Wir gucken uns nächstes Mal natürlich an, wie man damit umgeht und wie man das auch wirklich mit Docker handhaben kann. Bis dann, ciao.